einen wunderschönen guten tag zusammen das neue kleine paket ist gerade angekommen ich habe es ich habe es für best friend david und katze sehr gut sehr gut drauf geschickt so natürlich wird hier auch zeitung als verpackungsmaterial dann kommt hier von scheba frech entfein also frisch und fein das sind wahrscheinlich wird auch so eine katzen tüten ja sehr gut jörg sehr gut dann kommt hier das haben die natürlich auch wieder kontrolliert die stronkola hat sie wieder gesagt blablabla da habe ich gesagt das hat er mir schon mal geschickt ja sehr gut jörg sehr gut sehr gut dann hast du mir hier von ütchen ofen erdnüsse gesalzen nicht geröstet so geil eine markendose dann kommt hier noch was für meine katze von Kaufland kal наших katzenmilch sehr geil dann kommt halt noch eine das ist für mich das . liest und moretti pictures oshetta chips moscata observiert Sehr geil, sehr geil, Jörg. Sehr geil. Ach, hier ist noch was drin. Hier unten eine Tüte. Haribo. Lakritzschnecken sind drin. Sehr geiles kleines Paket. Jörg, danke dafür. Dann machen wir hier noch eine kleine Übersicht. Für meine Katze. Und der Rest ist für mich. Und da ist noch mal was für meine Katze. Sehr geiles kleines Paket, Jörg. Danke dafür.